Dann ist es jetzt der Robert Bernhard. Denn dieser Heli, der da steht, eine wunderschöne EC135 aus dem Hause Jürgen Schwinke, das ist der von den Hersteller, war noch nie in der Luft. Das heißt also, wir erleben einen Erstflug. Wir haben auf der linken Seite gesehen, dass er die Runde der EC145 ist. Und jetzt sind wir gespannt, dass wir hier vor den Platz sind. Erstflug, beide, hinterleihen, die wir jetzt. Damit man von den ganzen Wienerbrief mitbekommen, stehen die Bande hier vorne. Und jetzt sind wir, dass wir auch das erste Mal, dass sie sich vor dem Hersteller wieder auf den Kandidaten zu bringen. Jetzt sind wir gerade noch ein bisschen den Kandidaten. Jetzt sind wir heute noch ein bisschen die Kandidaten. Jetzt sind wir heute noch ein bisschen die Kandidaten. Jetzt kommt eine wirkliche Kandidaten, wir sind die Kandidaten, wir haben hier noch ein bisschen die Kandidaten. Aber dann können wir jetzt nur noch einmal nehmen, hier so. Die wird aber wieder ab und zu sehen, dass die Münder wird. Wir haben jetzt die Münder, aber wir haben jetzt auch die Münder, auch die Münder. Applaus Und dann hat es mal eine Runde, dann hat es mal eine Runde, dann hat es mal eine Runde. Ja, und dann hat es auch ein Runde, der Bisse. Nein, dann hat es genau das, was wir auch gemacht haben, ist nur Daniel Schöner. Und dann hat es auch ein Runde. Applaus 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 Ich schätze mal, der Robert hat für euch erinnert. Frohe Bernhard, mehr als Glück seiner EC 135. Wunderschöne Lackierungen. Übrigens, Herr Bremen, sagt die Lackierungen, war mal eine Werkslackierung von Eurobockter.